Musik Zuletzt wurde Berlin von zwei großen sogenannten Anti-Corona-Demos in Atem gehalten. Vor allem die Bilder der letzten Demo und den Nazis auf der Treppe des Reichstages sind uns noch im Gedächtnis. Danach hat Michael Ballweg, der Chef des Veranstalters Querdenken 711, bekannt gegeben, seine Aktivitäten künftig nach Konstanz an die Nähe des Bodensees zu verlagern. Da konnte man eigentlich denken, vielleicht ist der Spuk in Berlin jetzt vorbei. Trotzdem findet heute wieder eine sogenannte Anti-Corona-Demo statt. Ein Schweigemarsch wurde angemeldet von kleineren Gruppen, die aber aus dem gleichen Spektrum kommen. Ich bin hier heute vor Ort, um mir anzuschauen, wie es heute aussieht. Ich bitte mal um eure Aufmerksamkeit. Wir wollen jetzt den Demonstrationszug starten. Bitte achtet alle auf eure Abstände. Ganz rigoros. Bleibt in den Rhein. Und wir möchten, dass alle einen Mundschutz tragen. Es geht einfach mal darum, dass wir hier eine Demonstration durchführen. Und wir wollen das demonstrieren, dass wir das auch mit Malkorb können. Also haltet bitte die Abstände ein. Grigoros. In der Demo-Ankündigung wurde dazu aufgerufen, Abstand zu halten und einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Auch politische Symbole und Flaggen wurden von den Veranstaltern untersagt. So, es ist jetzt kurz nach zwölf. Der Schweigemarsch hat begonnen. Wir laufen gerade den Kurfürstendamm entlang. Bisher wirkt hier alles sehr ruhig, gut organisiert. Die meisten Leute tragen tatsächlich Masken. Und auch an Abstand wird sich bisher gut gehalten. Und auch Symboliken wie Reichsklicksflaggen haben wir bisher noch keine entdecken können. Wir sehen ja, die Leute sind diszipliniert. Und es geht einfach darum, wir möchten gehört werden. Das Volk möchte gehört werden. Die Wirtschaft wird immer weiter runtergefahren. Die Sperrstunden, die jetzt in Berlin auch noch eingeführt werden. Die ganzen Bargesitzer, die gehen ja pleite. Und es geht irgendwie so nicht weiter. Letztendlich die Zahlen entsprechen ja nicht mehr dem, was es im Frühjahr war. Natürlich heißt es, die Infektionszahlen steigen, weil die Testkapazität natürlich auch erhöht wird. Aber wenn man sich gleichzeitig dazu die Todesfallraten und die wirklich Schwererkrankten anschaut, dann ist die Relation einfach nicht gegeben. Und ich finde, es muss einfach nochmal überdacht werden, das ganze Konzept. Und sicherlich muss man gefährdete, alte Leute, Leute mit Immunerkrankungen, muss man schützen. Das ist ganz klar. Aber deswegen die ganze Wirtschaft runterfahren. Und es geht ja gar nicht um irgendwelche Sachen, dass man das jetzt nicht glaubt. Aber in dem Ausmaß, was jetzt hier passiert, ist es einfach überzogen. Sie sagen, den Maulkorb. Ich habe auch einige gesehen, wo Maulkorb auf Ihren Masken steht. Und trotzdem durften Sie auch die letzten beide mal demonstrieren. Dieses Verbot wurde ja wieder aufgehoben. Wo ist dann der Maulkorb, wenn diese Demos doch stattfinden konnten? Na, das sind ja nicht meine Veranstaltungen gewesen. Ich kann dazu nichts sagen. Ich weiß nur, dass da schon mit mehr Protest noch rangegangen wurde, um zu zeigen, den Widerstand irgendwie. Aber das ist nicht meine Sache gewesen. Sondern wir haben gesagt, okay, wenn wir in keinster Weise mehr irgendwie demonstrieren dürfen und unsere Meinung äußern dürfen, dann sind wir halt still, sagen nichts mehr. Aber trotzdem wollen wir gehört und gesehen werden. Denn wir sind ja trotzdem da, auch wenn wir letztendlich nichts sagen sollen. Aber es sind halt immer mehr Leute auch gegen diese ganzen Corona-Maßnahmen, weil sie finanziell einfach in den Ruin getrieben werden. Sie haben in Ihrem Aufruf extra auch festgehalten, dass auf politische Symbole oder Fahnen oder sonst heute verzichtet werden soll. Wie sehen Sie das, die Versuche von Ihnen, sich von solchen Strömungen zu distanzieren? Also mir geht es erst mal darum, ich als Mensch distanziere mich jetzt erst mal, sage ich mal, von jemandem, der radikal ist, der brutal ist. Davon distanziere ich mich. Aber in einer Demokratie sollten alle Stimmen gehört werden. Aber sicherlich kein Extremismus, das ist ganz klar. Und dazu stehe ich auch. Und ich stehe heute als Mensch auf der Straße. An das Gebot, keine politischen Symbole mit zur Demo zu bringen, wurde sich im Großen gehalten. Unter den Teilnehmern waren aber auch politisch eindeutige Personen, wie der antisemitische Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann. Der ließ es sich nicht nehmen, seine ganz eigene, verquere Meinung zur aktuellen Lage kundzutun. Wo unsere Bundeskanzlerin eine Ex-FDJ-Sekretärin für Propaganda und Agitation in der DDR war und ein Ex-Stasi-Spitzel. Und die Antifa ist nichts weiteres als rote Staatssöldner. Die Grippeimpfung enthält ein Coronavirus namens H1N1. Und wenn Sie dieses Coronavirus dann über die Grippeimpfung im Körper haben, werden Sie als Corona-positiv automatisch gezählt. Damit treibt das BRD-Pack automatisch die Zahlen hoch. Und dann rufen Sie den zweiten Lockdown aus. Das ist ein finaler Lockdown. Jeder soll wissen, die NWO ist eine kommunistische Machtergreifung. Man muss nur nach China gucken. Dieses System, dieses Folter- und totalitäre System soll in Deutschland etabliert werden. Und wir müssen gemeinsam als Volk aufstehen. Es ist kein Kampf zwischen rechts und links. Es ist ein Kampf zwischen oben und unten. Und oben hat unten dem bezahlenden Volk den Krieg erklärt. Und wir werden uns wehren. Die Demo hier hat dazu aufgerufen, dass man sich mit politischen Äußerungen zurückhalten soll. Es soll nur um Corona gehen. Sie gelten ja aber auch als sehr radikale und spaltende Figur. Haben Sie nicht vielleicht auch den Eindruck, dass Sie als Person dann den eher gemäßigteren, berechtigteren Skeptikern hier auch schaden können? Also ich sage seit sechs Monaten die Wahrheit. Und dadurch, dass man in 75 Jahren dafür gesorgt hat, dass in Deutschland die Lüge vorherrscht, ist derjenige, der die Wahrheit sagt, gleich polarisieren. Das haben wir am Wendler gesehen. Der sagt einfach nur, dass Merkel Verfassungsbruch macht und dass die Medien lügen. Und gleich ist er ein rechter, kruder Verschwörungstheoretiker. Also nochmal, diese Keulen braucht keiner hier mehr ziehen. Das haben wir jetzt 75 Jahre lang durch und es reicht ein für alle Male. Auch andere bekannte Szenegrößen waren auf der Demo vertreten. So zum Beispiel der rechte Blocker Martin Leune oder der sich selbst der Volkslehrer nennende Rechtsextreme Nikolai Nährling. Wir haben jetzt halb zwei Uhr. Wir sind jetzt hier direkt am großen Stern und auch der Schweigemarsch kommt langsam an. Bisher war während der Demo die Lage ruhig. Die meisten Leute haben sich an die Abstände und die Maskenregeln gehalten und sind auch recht vernünftig geblieben. Es gab auch keine offensichtlichen politischen Zeichen wie Reichskriegsfragen zu sehen. Es waren aber doch auch Zähnegrößen der rechtsextremen Zähne da oder Verschwörungstheoretiker wie Attila Hildmann. Mit deren Anwesenheit hatten die meisten Demonstranten aber auch keine Probleme. Die Demo ist jetzt hier am großen Stern angekommen. Ein paar trudeln noch ein, die meisten sind schon da. Ich konnte schon während dem Laufen mit ein paar Leuten reden. Die meisten sind uns recht skeptisch begegnet, aggressiv war aber niemand. Und jetzt, wo sich hier langsam alle hingesetzt haben, nutzen wir die Gelegenheit, mal genauer nachzufragen, warum die Leute heute eigentlich hierher gekommen sind. Warum sind Sie heute hier auf diesem Schweigemarsch? Weil wir für die Absicherung dieses Marsches sorgen, damit, wenn irgendwas passiert, Polizeigewalt, Antifa, Erste Hilfe vor Ort ist. Das ist unsere Aufgabe. Deshalb sind wir da. Oder reichen die offiziellen Polizisten und Mediziner nicht? Haben Sie irgendwelche gesehen? Haben Sie einen Rettungswagen hier am Zug gesehen, bis Sie sonst überall sind? Ein, zwei, habe ich gesehen beim Vorbeislauf. Ja, die standen aber vor den Gebäuden und hatten mit uns nichts zu tun. Ich habe keine gesehen innerhalb des Zuges. Und wir müssen innerhalb des Zuges, wenn wir eingekesselt werden, sicherstellen, dass dafür gesorgt wird, dass Erste Hilfe da ist. Deshalb haben wir... Krass dafür ausgerüstet, was haben Sie alles dabei, um... Alles, was notwendig ist und legal erwerbbar ist. Das Einzige, was wir nicht haben, ist gegen Schutzwunden und schwere Brandwunden wie beim Matten-Nabheim. Die Antifa gibt inzwischen Anleitungen aus, in Molotow-Cocktail Styropor zu tun, dann wirkt es wie ein Nabheim. Bis jetzt ist hier alles ruhig. Ich habe auch noch keine Gegendemo gesehen. Erwarten Sie denn, dass da heute was passiert? Ich hoffe, dass nichts passiert. Ich hoffe, dass es friedlich bleibt. Ich bin immer froh, wenn ich mit dem selbst schweren Rucksack zurückkomme, wie ich gekommen bin. Das ist das, worum es geht. Mit den Leuten zu sprechen, stellt sich dann aber als schwieriger raus als gedacht. Abseits der Kamera wird hin und wieder mit uns diskutiert, sobald wir filmen wollen, bekommen wir aber immer keine Antwort. Dann gibt es plötzlich Aufruhr. Am Rande des großen Stern wird Attila Hildmann von der Polizei abgeführt. Seine Anhänger protestieren gegen die Polizei. Allerdings sind scheinbar nicht alle Demo-Teilnehmer mit Hildmanns Anwesenheit und dem Verhalten seiner Fans einverstanden. Einer von ihnen wird von den anderen Demonstranten vertrieben. Angaben über den Grund der Verhaftung gab es von Polizeiseite bisher nicht. Scheinbar lag es aber daran, dass Hildmann politische Parolen gerufen haben soll. In der Zwischenzeit hat sich der Platz gefüllt. Die Polizei spricht von mehreren tausend Teilnehmern. Sie selbst war mit 200 Beamten im Einsatz. Auch der Querdenken-Anwalt und Mitorganisator Markus Heinz ist heute in der Organisation aktiv. Und der beschließt, der Demo-Zug soll stoppen, da der Platz nicht weiter gefüllt werden kann. Somit bleibt dann zum Ende des Marsch nur noch eine Schweigeminute, bevor die Veranstaltung beendet wird. Wir haben jetzt kurz vor 3 Uhr, nach einer kurzen Schweigeminute hier am großen Stern, ist jetzt die Veranstaltung aufgelöst. Im Hintergrund sieht man, die Demonstranten werfen jetzt den Mund-Nasen-Schutz, den sie für die Demo hatten, weg. In der Ganzheit, was wir beobachtet haben, ist es in der ganzen Veranstaltung bis auf die Verhaftung von Attila Hildmann ruhig geblieben. Und Gesamtbewertung muss man sagen, ist egal, ob man die Meinung dieser Menschen hier gut findet oder nicht. Wenn sie zumindest auf dieser friedlichen Art vorgetragen wird, muss das in Deutschland auch bei Demonstrationen so möglich sein. Musik